Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Greedful mit mir, der Steffi. DSRD, die spielen wir gerade. Kurt und Pedro sind immer noch in unserer Begleitung. Wir sind in, ich glaube, San Mateus, genau. Wir müssen jetzt hier uns zum Treffpunkt, weil wir wollten... Achso, Hintergrundgeräusche, mein Hund frisst gerade, ne? Wir untersuchen jetzt nochmal diese Sache mit dem Schiff. Und, äh, ja, das machen wir jetzt auch direkt. Ich, wir gehen jetzt direkt drauf zu. Ohne große Slaberei, wenn der uns hier noch dran lässt. Ja. Hey, Kumpel. Oha. Wenn du Teil dieser Organisation bist, warum willst du mit mir sprechen? Ich bin dieser Gang ein paar Mal vor, ohne die Geschwindigkeit der Macht. Ich naivete, dass es nur ein Problem wäre, um ein paar kleine, kleine, Schreie-Protektion zu machen. Aber ich habe mich involviert in ein Sordid-Business mit den Jungen-Irlandern. Wir haben sie zu verabschieden, um sie zu verabschieden als Schreie-Protektion zu verabschieden. Sie sind sehr populär, in Brothels. Ich habe lange teilgenommen, ohne Batten und ich. Aber ich habe mich verbunden mit einem der Schreie-Protektion zu verabschieden. Und das Schreie-Protektion hat endlich zu Hause. Ich will nicht das zu verabschieden, mit ihr. Ich bin der Schreie-Protektion. Ich bin der Schreie-Protektion. Ich bin der Schreie-Protektion. Ich bin der Schreie-Protektion. Die Schreie-Protektion hatte ich die Schreie-Protektion. Ich bin der Schreie-Protektion. Ich bin der Schreie-Protektion. Ich bin der Schreie-Protektion. Jetzt haben sie das große Stunt genommen. Sie haben nicht nur die Waffe von den Nords-Nords-Nordern gehalten, sondern auch deine Worte. Egon nie hätte das so gemacht. Und er hat die Schreie-Protektion zu tun. Ich bin der Schreie-Protektion. Sie wissen, wer Egon ist? Oder zumindest, wer die Organisationen ist? Nein. Alles ist sehr kompartmentalisiert. Alle Gruppe nur die Schreie-Protektion. Sie wissen nur die Schreie-Protektion. Sie wissen nicht nur die Schreie-Protektion. aber ich weiß nichts über seine anderen Aktivitäten. Sie wissen, wer Egon ist? Oder zumindest, wer die Organisationen ist? Nein. Alles ist sehr kompartmentalisiert. Alle Gruppe nur die Schreie-Protektion. Ich weiß nicht nur die Schreie-Protektion. Ich weiß nicht nur die Schreie-Protektion. Ich weiß nicht nur die Schreie-Protektion, aber ich weiß nichts über seine anderen Aktivitäten. Und wer gibt dir deine Schreie-Protektion? Läften Ermelind, diese Frau ist nicht verletzt. Nach dem Geschäft mit dem Schreie, sie hat sich entschieden, um ein Schreie zu schrauben, wahrscheinlich um die Wrath von Egon zu verhindern. Sie hat uns gesagt, dass wir die Islander noch nicht verhindern können. Sie wollen sie schrauben uns hinter uns, um zu verhindern, zu verhindern, keine Schreie zu verlassen. Mein Freund ist in denen. Wenn ich nicht finden, um die Ermelind zu verhindern, sie wird sterben. Wenn wir das Massaker zu verhindern, müssen wir schnell intervenieren. Wo sind die Islander gehalten? Sie sind in einer formeren Login-Facilie, an den outskirts der Stadt. Ist es gut gehalten? Nein. Die Zahlen sind klein, um zu verhindern, aber wenn Ermelind kommen mit der Truppe zu verhindern, es wird eine sehr andere Geschichte sein. Nun, wir nehmen die Operation bevor das passiert, um die Schreie zu verhindern. Wenn Ermelind und ihre Soldaten kommen, wir nutzen die Element der Überraschung um sie zu neutralisieren. Mit all due Respekt, es werden viele werden. Sie sind sicher, dass Sie sie können? Wir können Hilfe von einem von den Klan-Nativen. Die Storm-Warrieren, zum Beispiel. Sie denken, sie würden? Wenn es nur uns beteiligt hat, aber es geht darum, zu schützen ihre eigenen junge Leute. Sie werden sie auch geben ihnen shelter wenn wir sie verhindern. Wir müssen schnell, die Störungen. Meine Hunde haben jetzt wieder mal gemeint, mitten in der Aufnahme, ähm, ja. sich wieder zu zanken, würde ich jetzt mal sagen. Ach, so eine kleine Oma, ne? Die Kleinsten, sie sind immer so schlimm, ne? Ach, das macht mich, das macht mich grad wanni. Wer ist das denn? So, ich sollte das angreifen. Befreie die Gefangenen. Warte, warte, nee, das gucken wir uns hier lieber an. Befreie die Gefangenen, greife das... Daedre dazu dir zu helfen. Okay, gehen wir erst nach Daedre. Dazu müssen wir aber reisen. Hier um die Ecke. Aber ich bin jetzt grad voll rausgerissen, weil... Oh. Weil die sich normalerweise... Ja. Also die... Ich kann auch nichts dafür. Wunder halt. Die Kleine ist so eine Kratzbüste. So eine richtig... So eine richtige Kratzerbüste. Da ist das nicht. Wir müssen Daedre fragen. Nein, wartet doch mal. Doch. Mann, jetzt bin ich durcheinander und auch voll raus aus der ganzen Geschichte, ey. Das ist voll ätzend. So. Hier haben wir niemanden, der etwas will. Das sieht man immer an einem Finger mit einem Fragezeichen. Weitereisen können wir auch. Brauchen wir denn? Nö, ist alles gut. Gut. Dann Abmarsch. Fragen wir Daedre. Ich hoffe, ich spreche da. Brich das richtig aus. Hier sind wir direkt im Dorf. An ihrem Haus. Also. Hier, Daedre. Kannst du mir helfen? Weil es geht schließlich um eure Leute. Haben wir das schon? Na, haben wir schon. Daedre. Daedre. Wir sind jetzt hierher gekommen. Verstärkung. Und wir bekommen zwei. Da hätten wir aber alleine hingehen können. Müssen wir nur aufpassen, dass die nicht sterben oder so. Naja, gut. Wieder zurück. Wenigstens sind wir am Reisepunkt. Gut. Und das ist doch schon mal da. Und von da aus gehen wir jetzt die Gefangenen befreien. So. Machen wir das doch gleich. Wir machen... Ja, wollte ich gerade sagen. Das machen wir vorsichtshalber mal. Oh, da kann man was holen. So, wo läuft das denn? Hier hinten immer noch. Wir gehen raus und dann irgendwie rechts. Raus. Dann müsste das irgendwo da hinten sein. Ah, hinten. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, 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 ja. Ich geh hier. So, irgendwo da hoch. Bleib jetzt nicht stehen und sammeln das da ein. Ach doch, hier lang. Müssen wir schleichen? Hm. Ich glaube, das ist angebracht. Hm. Dann haben die was gesagt? Ja. Das ist ja dann ein Zellenschlüssel. Dafür brauche ich auch keine Hilfe von... Ach, die werden bestimmt gleich von hinten neue anrücken. Und dann kommen die... Edras, zwei Männer. Krieger. So. Hier, pass... Pass mal auf hier. Was haben die für Kleider an? Locked. Achso, wir müssen ja mit ihr reden. Ja. Du bist frei. Danke. May the trees always bear fruits on your journey. Es war Sergeant Franz who told us where to find you. Franz? So he kept his word. I had hoped he would. Stay hidden here for now. We will set up a trap for the people who captured you. Then we will fight by your side. They will pay for what they have done to us. No. You're in no condition to fight. It's better that you stay here. When we are done with them, you can return home. Thank you for coming to lend us a hand. I'm surprised. Deirdre said that she would only send two warriors. She told S.L. your story and we wanted to come. Young people from our clan have been captured and we believe they are here. When Xavier also sent a warrior for the same reason. We are most grateful for your help. Thanks to you, we can stop those who captured them. You're there. Were you able to get rid of the guards? Yes. Some. And we have released the prisoners. But there are still others that we have to defeat. I see you've managed to bring allies. With them, we have every chance of winning. Ermelynd and her troops shouldn't be long. You should take position. Okay, we müssen uns wieder verstecken. Ah, hinter den Fässern. Or to come later. Anything to report, Sergeant Franz? Negative, Lieutenant. Everything is quiet. Where did the guards go? I don't know. How can you not know? Hey. What's going on? I need her. What's going on? I need her. What's going on? What's going on? That's the point. What's going on? What's going on? We are now there at the same time. I'm sure we can't wait until we have to come back. What's going on? Oh, man. Ja, aber es erholt sich sehr schnell. Ja, hier ist tatsächlich nicht mehr. Wieder zurück. So, haben die uns hier wenigstens? Jawohl, haben sie. Oh, schön. So eine geprägte Silbermünze. Ist das ein Questgegenstand oder was? So, waren das jetzt alle, dass wir eine übersehen haben. So, dann wohl mal los. Und wieder gehen wir petzen. Aber man sagt ja, beim petzen möchte man ja nur, dass alles richtig läuft. Klar, es gibt Leute, die möchten mit dem petzen Schaden, dass jemand Ärger bekommt. Und sind dann froh, wenn er Ärger bekommt. Deswegen ist es ja schadenfroh zu sein. Aber ich möchte, indem ich die Dinge hier weitertrage, die Geschichten lösen. Was ich persönlich nicht als petzen. Petzen, das Wort, kommt von denen, die mit dem petzen leider, ja. Also, die durch ihre Lügerei und das petzen ist für sie dann eine Art Aufdeckung der Wahrheit. Oder wieder beim Thema Wahrheit. Wir hatten jetzt schon das ein oder andere Mal das Vergnügen. Die Wahrheit. Oh, jetzt bin ich hier vollkommen falsch. Über die Wahrheit zu sprechen. Oder über Wahrheit allgemein. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welchen Folgen das war. Also, ich müsste selber gucken. Aber ja, das hatten wir. Jetzt sind wir schon wieder abgespüfft. Ich wollte eigentlich was anderes, glaube ich, sagen. Über die Quest. Na ja. Macht nix. Wir sind auf unserem Weg. Bin gespannt, was jetzt kommt. Ah, da ist auch unser Questgeber. Wir haben auch, glaube ich, eine Nort-Ship zu verabschieden. Wir haben auch, dass sie ein Nort-Ship zu verabschieden, um es zu verabschieden. Was wunderschön. Ich glaube, Manfred will gerne haben sie gefragt. Lieutenant Alexander. Sie werden sie mit ein paar Männer. Quartermaster. At your orders. Und Sie, Sergeant. Ich verstehe, dass Sie in die despachtlichen Aktionen von diesem Traitor verabschieden. Das stimmt, Quartermaster. Ich empfehle clemenz. Ich verstehe, dass Sie auf dich nicht herausfinden sollten, was das passiert. Ich verstehe. Sie werden Sie von Liebten Alexander aufholen. Manfred würde gerne zu sprechen. Aber ich will sicher, dass er weiß, was du als role bist in diesem Fall. Danke, Quartermaster. Ich werde dich aufladen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Excellenze. Gehör dich. Well, Dinge sind hier in Ordnung. Wir sollten mal aufhörden Manfred. Hm? Also wieder zurück. Oh, was ist das? Ach so. Wir sind... Hä? Ah, die haben uns mit reingenommen. Äh, ich muss reisen, also muss ich zurück zu meinem Wohnsitz. Unserem Wohnsitz, Leute. Und ich bin schon wieder komplett falsch. Äh. Ich habe jetzt sowas von die Orientierung verloren. Ne, doch nicht. Äh, Manfred ist in Neusser... Oh, egal. Egal, Neusserien. Ja. Ja, ja, ja. So, wie viel haben wir mittlerweile? Auch gar nichts. Ja, können wir weitergehen. Komm, sag mir, dass ich jetzt reisen kann. Danke. So. Greenblood, my friend. Do you need something? Ich muss mit dir. Wir sind... Ne, ich glaube, das war oben. Kann das sein, dass das oben in unserem... in dem... hier oben ist? Aha. Ja, mach mal. Of course, you idiot. Come here. Muss ich das zensieren? Ich meine, es gibt... kein Ton. Ich bin... Ich bin... Aber was passiert jetzt? Du hast alles, was ich will... und alles, was ich liebe... Was über dir? Du willst mich? Ich meine... In der Zukunft. Wer kommt da jetzt still? Ja, super. Okay, war es das jetzt? Okay. Hm. Okay, es hat sonst niemand. Ja, so, dann können wir jetzt weiter. Alles klar. Genau das wollten wir. Schön, jetzt können wir ja weitergehen. Manfred. Manfred. Nee, da lang. So. Ja, war doch schön, oder? Wasco wäre mein zweiter Wahl gewesen. Aber man kann ja... Also ich würde das Spiel jetzt nicht nochmal nur, um das zu sehen. Weil das nicht so ausgeprägt ist, wie jetzt zum Beispiel in Dragon Age gewesen ist. Mass Effect war richtig cool. Ähm, zum Beispiel gemacht. Und, ähm, ja. So, Manfred. Ja, das war's. Ja, Herr Excellency. Ich bedanke mich sehr. Once wieder, Sie haben viel Arbeit gearbeitet, Herr Excellency. Wir können nichts tun ohne Sgt. Franz. Er hat eine Admirable Courage gezeigt. Ich denke, er hat mit Ihren Fortschritten gehört. Das ist nicht ein belliger. Ich glaube, ein Sgt. von diesem Namen ist hier befestigt. Es ist verrückt. Es scheint, dass Quartermaster Herbert gesagt hat, ihn zu kommen und finden Sie. Vielleicht hat er seine Meinung verändert. Mit diesem Arbeiten geht er, er muss sicherlich sein. Anyway. Wir wissen, unsere Investition hat endlich geöffnet. Lieutenant Alexander hat viele kriminelle, mit Informationen erleden von Präsenz. Ihr solltet ihr ihn finden. Er ist mit Captain Ulrich. Captain Ulrich? Der höchst-ranking Captain in der garrison. Er ist ein altes Mann, der nicht oft in der field ist. Aber mit einem solchen Scandell, musste er persönlich zu intervenieren. Danke, Manfred. Ich gehe sie finden. Mit wem sollen wir denn jetzt schon wieder reden? Hauptmann. Hauptmann Ulrich, also nach oben. Ja, wir müssen, ne? Wir müssen Dinge tun. Bleh. Das Arbeiten ist gut. Wir befinden uns den Captain. Ah, Herr Schäu. Ich sagte es um die Erläufe zu Captain Ulrich. Herr Schäu. Captain, Lieutenant. Quartermaster Manfred hat mich vor, dass Sie einige Arresten haben gemacht. Das stimmt. Leften Ermelind hat uns gesagt, das ermöglicht uns, die meisten der Gang zu entfernen. Ich kann nicht glauben, dass alle die Arresten sind in diesem Fall. Ich weiß viele von ihnen. Ich könnte es sagen, dass sie sie honorable sind. Entschuldigung, Captain. Ich verstehe. Es ist ein Schock. Wir waren alle sicher, dass unsere Begründer niemals in diesem Fall sein würde. Will du weiterentwickeln? Natürlich. Wir können unsere Forschung nicht weiterentwickeln, bis wir diese Organisation komplett verabschieden haben. Leften Alexander hat mich gefragt, ihn zu Neu-Sirene verabschieden. Er ist ein Teil der Anrufe. Um es zu verabschieden. Wenn Sie es, mein Captain. Ich bin erheblich, in den Entschuldigung von Leften Ermelind. Und um alle diese Arresten zu verabschieden. Ich will nicht die Dinge zu verabschieden. Wie ich gesagt habe, Lieutenant. Ich kann nicht den Entschuldigung von einem Arresten von einem anderen garrison. Ich muss den Kommandanten referieren. In jedem Fall, wir sind sehr dankbar für Ihre Hilfe. Aber wir können jetzt diese Investition zu Ende ohne Sie. Ich verstehe. Was passiert in der Guard ist die Guard's eigenes Geschäft. Es ist ein bisschen so, ja. Wir können nicht die Aktionen von einer kleinen Gruppe verabschieden der gesamten Guard. Hmm. Sie vergessen, wieder einmal, dass Sie noch nicht erhalten haben, Lieutenant. In der Zwischenzeit, bitte beabschieden. Auf Ihren Ordnung, Captain. Auf Wiedersehen, Your Excellency. Dieser brazen Lieutenant ist bordering an insubordination. Ich bin sorry, dass Sie diese Anrufe zu hören haben. Dieser Lieutenant ist verabschieden, zu vergessen, wer zu sprechen. Es muss sein, dass Sie die Anrufe zu hören haben. Es ist möglich. In jedem Fall, und wie gesagt, was er gesagt hat, wir noch immer brauchen Ihre Hilfe. Warum ist das? Lieutenant Alexander sagt, dass Ermelin's Confession ihn verabschied hat ihn alle diese Leute. Aber ich habe eine dieser Anrufe, und all sie überrascht war, war ein secretes Camp. Das, in dem die Torsten die Anrufe bekommen sie eine besondere Anrufe für den coup d'etat. Ein Ort, in dem ich sehr gut erinnere mich. Ich bin sicher, Kurt. Und ich bin sorry für das. Wenn ich das richtig verstehe, dieses Ort wurde zurückgebracht und benutzt durch die Anrufe. Aber unser Lieutenant hat ihn nicht erwähnt. Das hat mich beeinflusst. Und das hat mich überraschend auf seine Anrufe. Das hat mich überraschend gemacht. Vielleicht Alexander verabschied es, um seine Anrufe zu erhöhen. Aber er könnte ein anderes Motiv haben. Also, wir wollen uns da gehen? Ja. Und ich würde dich unterstützen. Ich bin kein Führer Anrufe, aber ich weiß, wie ich meine eigene Anrufe. Und ich will sehen diesen Fall mit meinen Augen. Du kennst den Ort. Du bist meine Anrufe. Sehr gut, Kapitän. Du kannst mich auf meine Anrufe. Vielen Dank, Frau Excellency. Ich werde sofort gehen. Du kommst mit mir? Mhm. Ja, ich bin bereit. Lass uns schnell. Naja. Wir sind fast da. Wie würdest du proceed, Kapitän? Mit dem Buch. Nimm die Anführer gefangen. Okay, wo befinden sich... Ach so, hinter uns. Da kommen wir doch mittlerweile durch, ne? Warte mal, können wir nicht mehr so machen? Äh, nein. Nein! Nein! Hm. Moment, da sind ja sowieso Viecher. Hallo! Oh, hier sind ganz schön viele, ne? Die gehen den ganzen Weg runter. Also den ganzen Weg nach hinten. Also spawnen die ja im Endeffekt dann doch nach, ne? Ne? So. War es jetzt richtig? Ja, also. Das alte Phantomlager. Ach, wisst ihr was? Das machen wir jetzt an dieser Folge. Komm. Das machen wir jetzt noch. So. Das ist auf jeden Fall blut. Egon's Männer ausschalten. Gut, aber dann müssen wir erst die Beweise finden. Die sich hier... Ach, wir haben ihn mitgenommen. Aber ich glaube, wir sind jetzt hier falsch, ne? Ne, sind wir nicht. Der ist nämlich hier. Hier durch müssen wir. Oh Gott, das ist wieder so. Oh Gott! Ich speichere mal lieber hier. Oder warten die da so, dass die uns sehen? Wenn wir erst rein, um uns die Sachen durchzusuchen, bevor wir ihn verhaften. Also, wo müssen wir hin? Erdgeschoss. Und ins Obergeschoss. Okay. Okay. Oder hätten wir den erst ausschalten müssen? Wenn... 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 Ich hab's versucht... Ich hab's versucht... So. Ich will... Befehl... Das war ja schon mal. Das haben wir ja... Das haben wir ja... Wir haben ihn ja gerettet. Dann müssen wir noch einen höher... Dann müssen wir noch einen höher... Sind wir da durch? Wir sollen das... Äh... Ne, wir sollen hinter uns... Hier fahren wir. Aber oben noch nicht. Ist das wieder aufregend hier. Hier ist nix. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Auf Wiedersehen. Woah! Er ist verletzt. Die Pläge. Ich hätte gerne diesen Traitor gefragt haben. Es gibt noch Traitor in diesem Camp. Wir sollten alle diese Vermin zu eliminieren. Ja, machen wir gleich. So, sammeln. An Aegon gerichteter Brief aus Neuserin. Unsere Tätigkeit in Neuserin musste eingestellt werden, nachdem viele unserer Männer verhaftet oder getötet worden waren. Der verantwortliche Leutnant entschied sich, das Leben zu nehmen, anstatt uns zu verraten. Verwalter Manfred sprach mit einem Mitglied der Kongregation. Jemand in diplomatischer Funktion, wenn ich mich nicht irre. Diese Person hat es geschafft, die Händler zum Reden zu bringen und unseren Plan zu enthüllen. Was sollen wir jetzt tun? Wir warten auf deine Befehle. Hör mal, aber jetzt redet sie über sowas. Unvolleineter Brief. Madame A zu. Ich muss mit Bedauern mitteilen, dass wir die Lieferung der Eingeborenen, die wir versprochen haben, nicht garantieren können. Leider wurde das von uns angeforderte Schiff von den Nauten übernommen, wodurch die Lieferung unterbunden wurde. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ... Ja ... Das ist ja ... An Egon gerichteter Brief aus Hikmet. Egon, wir mussten unseren Einsatz in Hikmet nach der Intervention eines neugierigen Mitglieds der Kongregation abrupt abbrechen. Hauptmann Ludwig wurde verhaftet und Gouverneur Burhan befahl uns, unsere Aktivitäten zu beenden. Wir bedauern es zutiefst, aber wir konnten nichts tun. Ludwig hätte vorsichtiger sein sollen. Wir warten auf deine Befehle. Ja, ja, ist hier nichts mehr? Ist das nicht das Office? Nein, ist es nicht. Okay, also hier oben scheint nichts zu sein, aber hier unten scheint noch was irgendwo. Da müssen die ja eh alle ausschalten, ne? Kommt. Mein Gott. Hat sie jetzt aber auch mal selber schuld. Hier ist kein ... Da waren wir drin, da war ja nichts. Hier waren wir. Von unten kamen wir, hier waren wir auch schon drin. Das heißt, uns bleibt wirklich nichts anderes übrig, außer hier. Oder halt hier. Dann müssen wir da rein. Hallo Männer! Alle in Ordnung, alle Seiten verletzt. Gut. So, da noch einer. So, weiter geht's. Oh, das habe ich mich jetzt gedreht, ey. Oh, hat ... ah, hier. Gift. Von Egon verfasste Liste mit Namen. Wir müssen unverzüglich mit allen notwendigen Mitteln die folgende Person beseitigen, die unsere Aktivitäten gefährdet haben. Hauptmann Ulrich in Neusserien. Dessadeh in Neusserien. Verwalter Manfred in Neusserien. Verwalter Herbert in San Mateos. Der Name von Unteroffizier Franz stand auch auf der Liste, wurde aber durchgestrichen. Ja? Hä? Da ist aber noch nicht alles. Wir waren aber doch jetzt überall. Oder sollen wir hier mal nach unten nochmal gehen? Oh. Oh. Oh, gut. Alles untersucht. Jetzt können wir die noch restlichen Leute ... Oder? Ja. Aber diese Männer schalten wir ... Boah, es ist wieder mal so eine gemeine Sache. Das eine mache ich Verlängerung, ne? Aber das wird jetzt noch länger. Deswegen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind ja hier sehr weit gekommen. Und ja, unsere drei Begleiter machen das ja sehr, sehr gut. Und ja, ich will da jetzt auch nicht weiter rumquatschen, ne? Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.